Äh, letzten zwei Sekunden noch gewartet dahe. Nervenkitzel! Nun klasse! Vor mir hat einer Mannarmee Pro. Du oder was? Na der vor mir hat eine Mannarmee Pro, habe ich gesagt. Ah, ist ein Hackerlobby. Nein, Achtung, wir kämen gleich zu zweit und neiner. Über die Treppe. Hab die da hin und wart. Der hat nicht durch die Wanderschossen, alles klar. Ich habe ja mal Klettern hinkt. Haha. Ich bin hinter dir. Ich bin mich diese Runde schon wieder mit. Mit Rumgewicht läckern. Es läckert. Ich habe 2, 2, 2. Ich werde mit 4. 10.000 Punkte. Ja, okay. Krattler. Ich bin mit 4.000 Punkte. Ich bin jetzt in der Mitte. Ich bin mit 3.000 Punkte. Ah, was ist das? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Von dir. Von unten? Ernsthaft? Prater! Auf mich! Hehe Natürlich Officer Kilmore! Der oder ich dann halt? Wirst du mal runter? Na, darfst du mal. Ok, bin tot, ich konnte auswählen. Hab selber gemacht. Komm, schick die. Alter Junge! Das After ist was los, da vorne. Nice, nice, nice. Ah, komm, Leute. Immer nur Pech. Oh, Double Nade! So viel zum Thema, immer nur Pech. Und Double Assist. Das hat mir jetzt halt angeheißen. Ok, du hast gewusst wo ich bin. Ich hab mir einen feindlichen Vorräter geklaut. Hast du da eine gute Position für geschützt? Ja, bei dem Gang dafür reden wir auch nicht mal. Ich hab sieben Assists, Mann. Ich hab sieben Assists, Mann. Ich hab sieben Assists, Mann. Noo... Natürlich! Achtung, Treppenaufgang stellt der Krämer. Ich bin davor schon gestorben, also es war eh nix von wegen... Alter, auf der Gegenüberliegen ist halt das ihr geschützt, wenn es dafür ist. Ich weiß. Und da, wenn es einige ist, dann bleiben wir es drin. Mindestens eine oder zwei. Dort vielleicht jetzt nicht. Holy shit! Ich hab jetzt nur über 5 neue Moden gekillt. Hast du für Herausforderung gekriegt? Ja. Oida. UAB Online. Oh mein Mike! Tschüss, Serio. 17,8,16. Acht Assis, Mann! Ja, aber du hab mir schon drückt. Das war mein Tube. So wär der da, he. Nein, das war mein... Ah stimmt, ich hab nichts gemissen. Das war mein. Aber der Level 3 hat er scheinbar noch nicht rausgefunden, dass man mit der Maustaste auch zoomen kann. Was noch? Ich hab geschossen. Es geht weiter. Dum dum dum. Du 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 du. Let's rock this shit. Du schüsst schon mal shit an der Depp. Nice. Alter, ich bin auch tot. Von Officer Gilmore in der Bücherei. Woah, start noch. Jetzt bist du doch echt... ohnehin. Du stirbst eh gleich. Weil du hast gleich ein Fahrrad ähh eigentlich in irgendein... Irgendein... ...Dingsens weißt schon. Abschluss serie. Möchte ich sagen. Bin ich doch schnell. Nooo, no, 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 no. Und ich krieg wieder bloß den Tipp bei dem. Oben Fassl. Das gibt's doch nicht, interessiert mich gar nicht. Ah, 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 ah. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein, das ist so doof. Ich bin so dumm. 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 Natürlich! Achtung, er wird auch verzübt. Scheiße, zu früh gezündet. Das war so klar. Danke, dass ich mir wieder 1 Kill vom Herrier stirb. Danke, immer wieder mein Assi. Blut tot. Wir sind blut tot. Die da vorne. Da kommen mehrere. Holy shit, da sind 3 unten. Und einer geht aber die Leute da rauf. Oh, je. Ich glaube, die ist 2. Ja, und da ist es auch noch von uns. Ah, scheiße. Heute ist das schnell gegangen. Das war mal ein Video. Eigentlich schon, ja. Nice game, kommen wir jetzt. 10, 10. Ging ganz gut. Auf jeden Fall, ja. Ach, jetzt haben wir die echt nicht weg der Welt jetzt. Oh, klar. Ich habe einen leichten Sonnenbrand. Du duuut. Oh, mit einem Mann am Ehepot ersetzen. Jep. Du warst eigentlich schon bescheid, gell? Ja, bei dir war es mein bescheid. Duuut! Duuut! Und dann wurde ich getupet. Ich habe nicht mehr zu tiefen. Ich hab nicht mehr zu tiefen. Ich kann mich mehr zu tiefen. Ich bin zu tiefen. Ich bin zu tiefen. Wir machen Sie auf. ich bin ziemlich sicher tot vor allem hier hing jetzt glaube ich an der fest alles geht die achtzehn sehen wir ein bissel leveln nein ich bin doch nicht freundlich hast du mir zirkschöpfe verdammt im großen bunker ja da nur mit fünf leid stingen auch kommt leute wie soll das an fünf wegen von uns ich stehe zweimal an der gleichen scheiß stehe alter jungs scheiß eine mannabin noobs du bin oder wichser ich hasse die map ja jetzt ist er natürlich hier scheiß jude und dann kommt da und davon hinten der ich brauch's nicht ich brauch's nicht wir können mir erst das andere 50 bei uns da alles hey meine fresse ich werde gespawnt irgendjemanden schon live und sind tot Krötze, fix. Eie, da nur noch geficke. Ich krieg's kotzen, man. 6-8? Du bist der erste, wie geht denn sowas? Bei dir ist jemand, hast du den? Nein, natürlich wär ich da vorne mit einem scheiß Tube gekillt. Krötze, fix. Das so ein Bullshit habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann klaut mir der scheiß Tube-Long kill. Scheiße, das erste Schirrung. Beide hat er einen, fuck. Oh, nee. Ich hab nicht allzu lang gehalten, ne? Ich hab zu kurz das Tor, aber. Lol, wie hab ich denn jetzt? Jetzt hab ich mir am wenigsten Ziel davon hingekriegt. Alles klar. Ich hab den Schild. Wahnsinn. Bei dir ist gewiss gleich was los. Was seid ihr sehr? Dir ist nun mal viel passiert. Ja, ich bin ne Bombe gestorben. Ich hab 14, 12. Nice. Da sind nur mehr da. Ja, natürlich. Wir sind zwar wieder so extremst weit vorne. Und jetzt eine zwingend unverdient. Aber. Ey, Wahnsinn. Wie kommt er da bitte durch? Fuck. Man kartiert den von uns zum Schluss. Also jetzt suchen wir uns abgehauen. Keine Ahnung. Ah, ganz mithilfe. Ah, ganz mithilfe. 17, 14. Leck mich doch am Arsch. Was denn du dir umgibst, damit du sie auch gar die Karte zusammenbringst? Ey, der ein Triple Tube vor dem Mauer können wir was beinhalten. Super. Alter, mach ich mal nicht aus. Der Typ, der vorher 6-0 gehabt hat, ist bei 6-5-Hänger blöden. Yo, was tun wir? Ich möchte einmal ein Cross-the-Map an-Type machen. Ich hab noch nie ein Cross-the-Map an-Type gekillt. Was? Ich hab zwei Wände. Ich weiß. Bla, bla, bla. Anfänger. Ah, wu-hoo! Oh mein Gott. Ich habe einen Cross-the-Map an-Type, der zählt. Irgendwo in dem... in der Burg. Ja, so habe ich gesprungen. Ach, komm! Trotzig fix. Das ist auch der Fun. Fuck. Bingeblende ist hell. Nein! Manchmal denke ich mal, ist Fingerfertigkeit doch echt was Geiles. Aber andererseits muss ich immer nicht auf Marathon verzichten. Ja. Ach, Jungs. Ha. Ha. Ach, weil da nur einer Trinkling ist. Ah, so eine Scheiße. Die zwei hätte ich locker gekriegt. Acheiße. Denn Menschen sind guarantz! Oh, nein. Ja. Und zwar nicht. Ja. 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 Tsch veist. Ah! Nein. Ja. Ja. Da Holy shit Ich muss mich verstecken. Fuck, ich hab mich erkriegt. Scheiße. Mann, ich war ein Kiel vom Heria. Wir sind hinten. Wir müssen den schnell runter in ihrem Ausquit. Er geht down in 3, 2, 1. Ja, lol. Erster Schuss ist abgegeben. Jetzt muss ich mich um selber umbringen. Hoppen. Jetzt müssen wir Gas geben. Von woher werden die ganze Zeit auf mich geschossen? Alter, das war doch jetzt bitter. Das ist 1.500 Punkte hinten. Verloren. Hat der Heria jetzt schon massig was da? Hat der Typ da gerade beide umgebracht? Ey, das gibt's ja nicht. Danke. Und ich bin geflasht die ganze Zeit. Ja, meine Fresse. Wieso hab ich denn immer nur die Scheiße über? 17, 12. Der Rest von mir nicht einmal zweistellig. Nur ein Grattler. Jungs, verpisst euch. Ach, komm. Papelflow. Meins. Der wird gleich hier unten sein, wenn dieser Heria ist. Da war so Präzisionsluftschlag. Oh, Prezi. Weiß ich nicht. Oh, Prezi. Trotzdem haben sie schon überquetsch. Ja, geil. 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 Oh, da hat er aufpassen. Oh, da hat er schon mal Bock. Aber da muss ich jetzt halt was laufen. Double. Mindestens ein Double. Triple. So möchte ich das. Geil wird's. Super, ich bring mich eh selber. Nein. Loil. Die Hälften davon flog. Darum. Du kannst du alles einnehmen. Wenn du möchtest. Nein. Hast du den Pellflow erreicht? Nein. Achtung, das ist ein Clamber. So und jetzt mal ein bisschen aufpassen Ja gut Jetzt mal der Payflow was reißen Ja verloren Nein Dann die Zeit Haben wir jetzt echt Rundon weggevoted und dann... Kein Glück. Wahrscheinlich verlieren wir eh wieder. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr mit Termaldis hier, Mann. Ja. Der Funker schneidet gerade so. Ich bin geblendet. Irgendjemand hat ein Wurfmesser geschmissen. Was du? Einen Schuh, da ist noch einer. Ach was redet? Zwei, drei, fünf, zehn. Das gibt's gar nicht. Natürlich, da sind drei Leine im Funke, ich stirb. Hm. Ich hab' den Schützen an, wir haben schon gegangen. Hä, ich war im Funke, dass die Hände ist. Ah, da gibt's glaub' ich einen Bug. Da hab' ich schon mal was da verkehrt. Da kommen wir ziemlich geil, äh, außer Campen, die Leute. Alter, dann sind's zu zweit! Nein! Haben wir wenigstens in Führung, ja. Hä, wir waren mit dem Minigang gekriegt. Javeline Kill, möglicherweise. Nee, von mir aber. Javeline Kill, möglicherweise. Nee, von mir aber. Javeline Kill, bei mir ja, ich glaube. Stirb! Zwar aber verbündete Javeline, also von dem her. Alles Gute. Hä? Ich hab' zwei, sechs. Also das auf, äh, Wasteland läuft, das ist so selten. Ja, je nachdem wir die Gegner mitspielen. Ich find' da halt, auf Wasteland ist, find' die Herrschaft eigentlich ganz okay. Aber halt auch nur, wenn du im, im Team bist, das, bei dem's läuft. Wow. Toll. Das ist sowas von tiefsinnig. Ich weiß. So. Wann, er in dem Gäum ist geblendet. Ich hab' mir zwei gerückt. Scheiße, ich bin ja gleich tot. Ja, das war gerückt. War allerdings ne, wo die jetzt aktuell spawnen. Da hinten spawnend. Wuhuuuho, verdämpft. Wo hast du denn erkämmt? Äh, er sniped dann mit den. Und ihr habt dann genau gewusst wo die spawnen, er ist auch ein Harrier dauerkackt. Ah, der Brad ist ein Bumke. Echt? Ja, immer noch. Weil der heute lang überlebt. Der Harrier. Und der Brad ist immer noch drin. Dann jetzt nicht mehr. Hast du gesehen was ich gekriegt habe? AC-130. Die Muni sammelt er nicht auf. Doch, hab ich doch. AC-130 auch auf. Ja, wir müssen schauen, dass wir den Bunker da herinnern halten. Und dann wird das schon. Airstrike wartet für deine Mark. Wir finden den Airstrike. Hm. Okay. Na, schauen wir da mal. Okay. Winston wäre ja auch gevisiert, das ist ja total. Ich würde was möchten. Ja, die A-130 ist auf der Map eh nicht so gut. Weil du da teilweise nicht so weit rüber ziehen kannst. Na toll, dann Klaus. Man killt auch noch. Ja. Also ich konnte die jetzt nicht einmal abschissen. Die, die mich da anvisieren. Und ich bin jetzt eh gleich da. Aber ich habe wenigstens nur zwei mitgenommen. Wir sind irgendwo da vorne. Ja, da sind sie alle. Ach Gott. Ich glaube 4-11. Ja. 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 Was ist denn mit dir da hinten? Alter, ich habe dir dein fucking Leben gesagt. Ja. Toll. Aber der Trottel hinter mir die schierste Stift oder? Ja. Links am Mini-NG. Orben. Das wäre der Klassiker gewesen, wenn Steve dort erpreselt hätte. Ist im Bunker was los von uns? Oder hast du? Ich hab's gesichert, ich bin eigentlich drin bis jetzt. Der nicht immer hat keiner! Der nicht immer hat keiner! Was macht denn der mit G18? Alter, Thermal-Dieser und Herzschlag. Und dann G18 mit Schalldämpfer. G18, der Kümmung mit Schalldämpfer, sorry. Alter, 6, 6, 12. Aber ich kann auch nicht bei gleich. Äh, ja, wie du immer die erstes zusammenbringst, freue ich mich schon, aber... Geh mal bei dir in die Quartiere rein und schau mal nach, wieviel erstes du hast. Äh... Das ist fünftige von unten oder so. Ja, 2872. Und wieviel killst du hast? 31.632. Die Tode werden wir aus irgendeinem Grund nicht angezeigt. Mhm. Genau, genau. Ich glaub, da ist der Display einfach geschwärzt. Ich würd eher sagen, da ist die Zahl schon so groß, die können das nicht anb- abbilden. Ja, von vorne umgefangen. Mhm. Wieder Tacho. Ja, ab einer Million wär wieder bei Null umgefangen. Es geht rauch. Äh... Willkommen zum Projekt Limjah Beta, bitte. Aha. Was ist denn jetzt das für Schmon? Ah, okay. Es ist, äh... Intervention only. Du... Egal was für Waffen du weißt. Oh mein Gott, wie das ist. Fuck das Lobby. Was ist denn da? Na. Er zerröhnen. Alter, und dann also so langsam nachladen. Was ist das für Bullshit? Bei dir oben ist für einer... Achso, du hast nochmal gemistert. Aber auf der Lobby waren wir noch nie, hä? Na. Ach komm! Server Command Overflow, ich bin rasch. Warte mal. Was haben wir verbrochen, damit wir immer wieder diese scheiß Map spielen müssen? Warum schauen meine Klassen so komisch aus? Weiß ich nicht. Die sind farbig. Ich meine nicht. Vielleicht von dem Server von gerade eben. Ist ja irgendwas anders bei dir? Du bist doch noch ganz normal Level, oder? Ja, du bist Level 50. Ja, ja, na. Aber wenn ich jetzt auf Escape Team meine Klassen werde, dann sind meine selbst erstellten Klassen bunt. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich hätte mir das halt irgendwas mit dem Server gerade eben zu tun. Ich glaube, man konnte es zwar selber irgendwie einstellen. Wir versuchen auch einen auf den Server zu schaffen. Wir machen uns den Server von dem Server. Ja, wir machen uns die Server. 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 Natürlich, du bist so wie ich Boah, Arschlo, du blöd Alter, ich hab keinen Bock mehr, man 1-3 Alter, wie war denn das schon wieder möglich, ja Wieso bin ich schon wieder blutrot und der Typ merkt nicht einmal was davor Hey, der von wo denn? Der liegt da in seinem Gros und kämmt sie an Ohren? Jetzt werden da der Typ bald ausbacken Boah, der Zero denn er Ja, der ist krass Okay So ein tolles ausgewählt Alter, verpiss dich Börter Der auf mich Na Wuuu Heute, der Zero hat mir jetzt gleich von meinen sieben Tote fünfmal gekillt Ach komm Komm Nice Das war mit ihr Wichser Der war nice Der war nice Nice und verdient Hast du den da oben? Oben schon, unten nicht Unten hab ich glaube ich, aber da ist noch mehr ein neuer Ich hab ihn nicht Nein, links Ich hab bloß einen Hitmarker gekriegt Ich hab bloß einen Hitmarker gekriegt Jetzt hab ich einen, aber da ist noch mehrere Auch wieder bloß einen Hinter uns Mit der Keine Ahnung PP2000 Akimbo oder so Ich muss erst wieder rauflaufen Ich muss erst wieder rauflaufen Na Gott sagt Ich verstehe es nicht Ständig werde Stirbe ich dann auf einmal von hinter mir Hier Ha Gott sagt Dieser Rondon irgendwas Der erkennt sie darunter nochmal Dieser Zero oida Der kotzt mir mal so dermaßen rum Wo ist denn der? Nebengetubed Super Hitmarker bloß Ha Gott sagt immer der Typ hier Der Rondon Droger Oder was er immer Dieser Zero oida Was ist los mit dem? Der Rondon rolle habe ich noch drin Jawoll Natürlich Oida was ist mit dem Zero los? Ich muss zum Abschuss käme Natürlich Es gibt es hier nicht Es war kein anderer so Teufel haben Sein noch Das war das Ich habe das Teufel es ist ein anderes weit hinten dass er was das Oh lecker, du willst mal sagen, wann ist es vorbei? Ja, du willst mal wieder aufhören. Ja, du willst mal wieder aufhören. Du willst mal wieder aufhören. Okay.